Die besten Zutaten wachsen manchmal vor der Haustüre und wie es vor einigen Tagen so schön sonnig und warm war, habe ich wieder mal einen Ausflug gemacht in den Naturbark Rosalia Kogelberg. Zwischen den Streuobstwiesen und der mystischen kleinen Aulandschaft bei den Eisteichen haben jetzt die kleinen wilden Hochsaison. Aber zunächst einmal war ich von dem Gesumse und Gebrumm in den ersten aufblühenden Obstbäumen total fasziniert und das habe ich mal ordentlich genossen. Herrlich, oder? Und mittendrin in so einer Honigduftwolke, da vergisst man kurz einmal alles andere. Da ist schon das nächste Dufterlebnis, Pfeilchen. Ein paar passen sicher in meinen Frühlingssalat und Gänseblümchen für die Bitterstoffe und für Vitamin C nehme ich auch ein paar mit. Aber die Himmelschlüssel, die bleiben da, die sind schon viel zu selten geworden. Aber ein bisschen was vom persischen Ehrenpreis darf mit und Brennnessel sowieso, Löwenzahn. Ja, jetzt sind Bitterstoffe angesagt. Ganz vorsichtig mache ich jetzt ein paar Schritte in die kleine Auge hinein. Beim letzten Mal hätte ich nämlich fast ein Entenpaar beim Brüten gestört und das möchte ich nicht. Wow, schaut's wie schön. Das ist ein Paradies. Deswegen bin ich ja leise und gehe gleich wieder hinaus. Giersch nehme ich ein bisschen mit. Genau, und die Taubnessel und ein bisschen so Lungenkraut. Wunderbare essbare Blüten. Die geben dem Salat dann ein bisschen Farbe. So, und jetzt bin ich ganz sicher, auf dieser Wiese gibt's auch noch ein bisschen was, was meinen Salat ein bisschen Geschmack verleiht. Da drüben auf dem Platzerl gibt's meistens schon eine Gundelrebe. Ich mag den pfeffrig-minzigen Geschmack. Ja, da ist sie schon. Und ein bisschen Beifuss und Wiesenbeerenklau. Und ich hab schon alle meine Zutaten für meinen Salat. Und egal ob mit Honig-Senf-Marinade oder mit ein bisschen gekochter und ausgekühlter Hirse untergehoben, weder der Frühjahrsmüdigkeit noch den Winterschlacken schmeckt mein Rosalier-Salat. Das macht nichts. Mehr umso mehr.